Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Du hast dir die Haare geschnitten. Steht dir gut. Danke, es ist besser so zum Fahren. Ich sehe, du hast doch einen neuen Look. Oh ja, irgendwie schon. Sieht toll aus. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich die Rostschwänze irgendwie vermisse. Hm. Ich bin nicht mehr beim See gewesen, seit wir hier zusammen waren. Was hast du gesagt? Ich sagte, es ist schon lange her, dass ich hier war. Bei mir auch. Es ist so schön hier draußen. So friedlich. So, hast du dich mit Ben versöhnt? Ja, es passt wieder alles. Worum ging's dabei wirklich? Geschwisterzeug halt. Er hat mich herzlos genannt, weil ich nicht bei Omas Beerdigung geheult habe. Er sagte, ich sei nicht normal, weil ich niemals weine, bla bla bla. Dann wurde daraus ein großer Streit, als ob ich nicht meine Oma getrauert hätte. Egal, wir haben uns versöhnt und jetzt ist alles wieder beim Alten. Jetzt, wo du's sagst, ich glaub, ich glaub, ich hab dich niemals weinen sehen. Das bedeutet, dass ich ein herzloses Monster sein muss. Pass lieber auf, wir erledigen hier nämlich Monster. Nein, du sollst aufpassen. Mit diesem Monster willst du's dir nicht verscherzen. Ist das eine Herausforderung? Ich hoffe, du hast deiner Mutter heute Morgen noch einen Abschiedskuss gegeben. Haha. Wie geht es dir, Sally Face? Mir geht es gut. Schön zu hören, aber ich glaube nicht, dass das die ganze Wahrheit ist. Es war gut. Ich bin nur... Ich weiß nicht. Ich glaub, ich wollte dich mit meinem Problem nicht runterziehen. Sel, wir sind beste Freunde. Dafür bin ich da. Ja, keine Sorge. Also lass es einfach raus. Ich weiß, ich hab das schon mal gesagt, aber du brauchst das nicht zu tragen, wenn ich da bin. Mein Gesicht? Deine Maske. Sie ist inzwischen ein Teil von mir geworden. Sie ist das Gesicht geworden, das ich in der Öffentlichkeit zeige. Das ich allen zeige. Ich will nur, dass du weißt, dass du sie nicht vor mir tragen musst, wenn du das nicht willst. Es sind nur noch wir zwei hier. Niemand sonst. Wie geht es dir? Es war okay, weißt du, aber ich fühle mich immer besser, seit ich aus der Stadt raus bin. Ich dachte, du magst die Stadt. Ich liebe die Stadt ja auch. Es ist toll und es passieren immer aufregende Dinge. Ich lebe nur nicht gerne dort. Es ist zu laut und überall sind so viele Menschen. Manchmal hörst du deine eigenen Gedanken nicht mehr. Verstehe. Je länger du dort bleibst, desto mehr fühlt es sich so an, als würde man die Verbindung zur Natur verlieren. So seltsam es auch klingen mag, ich vermisse Nockfell. Ich vermisse die frische Luft, die Natur. Ich vermisse es, die Sterne nachts zu sehen und mit meinen Freunden rumzuhängen. Wir haben dich auch vermisst, Ash. Aber ich glaube nicht, dass wir heute Abend irgendwelche Sterne sehen werden. Nicht bei diesem Sturm. Ich hab's schon bemerkt. Ob wir in den Regen kommen? Was ist mit der Kunstschule? Ich glaube, ich werde meine Auszeit von der Schule gönnen. Ich fühle mich richtig ausgebrannt. Wirst du zurückkommen? Vermutlich. Ich muss nur noch ein paar Sachen erledigen. Vielleicht mache ich sogar ein paar Klassen am Community College, während ich über ein paar Dinge nachdenke. Oh, das wäre voll cool. Larry will das auch machen. Als er das gesagt hat, war ich echt überrascht. Ich dachte nicht, dass er aufs College gehen würde. Ich auch nicht. Es wäre ganz so wie früher. Die alte Crew wieder zusammen in der Schule. Bist du glücklich? Glücklich? Worüber? Alles. Das Leben. Ich weiß nicht. Keine einfache Frage. Obwohl ich gerade eine schwere Zeit durchgemacht habe, versuche ich Dinge zu finden, die mich glücklich machen. Was ist sonst der Sinn? Verstehst du? Ja. Ich bin jetzt glücklich. Ist wirklich alles in Ordnung, Cell? Ich mache mir langsam Sorgen um dich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich stehe ein wenig neben der Spur. Alles fühlt sich so falsch an. Wie meinst du das? Nichts scheint mich zu beruhigen. Diese beständige Unruhe, als ob mein Geist und meine Seele nicht im Einklang miteinander wären. Ich würde so gerne den Himmel anschreiben, bis er auseinanderbricht. Und? Was und? Lass es uns tun. Ähm. Ich weiß nicht. Komm schon. Ich wette, du wirst dich nachher besser fühlen. Hey, Todd. Hey, du bist ja jetzt schon von deinem Date mit Ashley zurück. Ich glaube nicht, dass es ein, äh, Date war. Aber ja. Na klar, Cell. Wie war's? Es war nett, sie wiederzusehen. Ich freue mich schon darauf, dass wir sie zurückbekommen. In der Tat, Ashley ist eine gute Seele und unsere Untersuchungen könnten von einem weiblichen Zugang profitieren. Zusätzlich könnte jemand, der einen frischen Blick auf unsere Recherche wirft, sehr nützlich sein. Da wir gerade davon sprechen, Larry, und ich denken, dass wieder etwas Seltsames in den Apartments vor sich geht. Ich habe ihm gesagt, dass ich dich heute Abend vorbeibringe, damit wir uns das ansehen. Wunderbar. Das wird mir die Gelegenheit geben, diese neuen Dinge auszuprobieren, an denen ich gearbeitet habe. Wenn du mir einen Moment Zeit gibst, mache ich mich fertig. Klar, sag mir einfach, wenn du soweit bist. Wird schon passen. Cell, tut mir leid, Kumpel. Mach dir keine Vorwürfe. Was tut dir leid? Wovon redest du? Es ist Zeit für mich zu gehen. Ich hoffe, du machst nichts Dummes. Es ist zu spät. Ich werde bald weg sein. Lass den Quatsch, das ist nicht lustig. Hallo? Hey? Larry? Heb ab. Heb ab, Larry. Bitte heb doch ab. Oh Gott, Larry. Hey, jetzt kann er sich auf einmal bewegen. Larry? 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 Wo zum Teufel bist du? Nein. Nein! Larry! Was hast du getan? Larry! Warum nur? Ich habe mich so gefreut, Zell zu treffen, dass es mir zuerst gar nicht auffiel, wie anders er sich verhielt. Während wir beim Wendigo-See waren, wurde es langsam spürbar. Damals dachte ich noch, er sei traurig. Ich dachte, dass er vielleicht aufgehört hätte, seine Medikamente zu nehmen. Miss Campbell, hatten Sie jemals in der Zeit, in der Sie mit Zell liiert waren, das Gefühl, dass er gefährlich ist? Hat er Sie vielleicht bedroht? Nein, Sir, nichts davon. Zell war der süßeste Junge, den ich kannte. Ich fühlte mich immer sehr sicher bei ihm. Bis zu dieser Nacht. Würden Sie bitte erzählen, was Sie bei dem Baumhaus sahen? Kurz nachdem ich vom Ausflug am See nach Hause kam, rief Zell an. Vielleicht auch eine Stunde später. Er war am Boden zerstört und ich könnte hören, dass er geweint hatte. Er sagte mir, dass Larry tot sei. Ich bat ihn 911 anzurufen. Ich sagte ihm auch, dass wenn er es nicht tun würde, ich es tun würde. Hat irgendjemand von Ihnen die Nummer 911 angerufen? Nein. Seit der Highschool haben mir die Jungs eingeredet, dass es eine Verschwörung der Polizei in Knockfell gab, dass man ihnen nicht trauen konnte. Also habe ich mich gegen mein Bauchgefühl entschieden und nicht die Polizei gerufen. Ich bin sofort zu den Apartments gefahren. Zell verhielt sich komisch, als ich zum Baumhaus kam. Er ging auf und ab und redete mit sich selbst. Offensichtlich war er außer sich. Das waren wir beide. Aber so hatte ich ihn noch nie gesehen. Ich versuchte ihn zu beruhigen, aber er faselte von Ulkotisten und einem großen Unheil. Er sagte, Larry sei im Baumhaus. Ich brauchte kurz, um mich zu beruhigen. Ich wusste selbst nicht, was los war. Ob Larry wirklich tot war oder Sall den Verstand verloren hatte? Ich sah im Baumhaus nach, aber dort war nichts Besonderes, außer der leeren Schnapsflasche. Kannten Sie Sall als Trinker? Nein, Sall hat fast nie etwas getrunken. Er hat mir mal erzählt, dass er Angst davon hat, betrunken zu sein, da eine Neigung zur Abhängigkeit in der Familie liegt und er nicht zum Alkoholiker werden wollte. Daher war mir klar, dass was nicht stimmte. Larry war nirgends zu sehen. Und ich begann mir wirklich Sorgen zu machen um Sall. Ich versuchte Sall zu beruhigen, aber er reagierte überhaupt nicht darauf. Ich versuchte mit ihm ins Haus zu gehen und er rührte sich nicht. Wir fingen an zu streiten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals davor gestritten haben. Ich musste weg von dort. Ich ertrug es nicht, wie er drauf war und wollte nicht alles nur noch schlimmer machen. Bevor ich ging, sagte ich Henry und Lisa, dass Sall Hilfe braucht. Sie versprachen mir, dass sie sich um ihn kümmern würden. Und ich sagte, sie sollten sich melden, wenn sie mich brauchten. Es war feuchtbar, Sall dort so alleine zu lassen. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Ich wünschte, ich wäre dort geblieben. Ich hätte bei ihm bleiben sollen. Ich habe die ganze Nacht bei meinem Handy gewartet, bis ich den zweiten Anruf verhielt. Ungefähr zehn Minuten, nachdem Ashley gegangen war, kam Todd. Er wusste, dass etwas nicht stimmte. Nachdem ich so schnell verschwunden war und auf seine Nachrichten nicht antwortete. Er fuhr mit dem Van einschließlich unserer Ausrüstung hin. Ich erzählte Todd, was Larry gesagt hatte. Wir beide brauchten Zeit, um uns wieder zu fassen. Larry war unser bester Freund. Wie ich vorhin schon erwähnte, wir vier waren eine Familie. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020